Wenn man eine Webseite erstellt, ist das Thema Datenschutz eines der nervigsten Sachen. Es ist total verwirrend, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und selbst wenn man das ganze Datenschutzrecht einigermaßen verstanden hat, ist die Umsetzung oft kompliziert und umständlich. Eine Sache, die deine Webseite aber auf jeden Fall braucht, ist ein Cookie-Banner, damit ein Nutzer selber entscheiden kann, welche Cookies gesetzt werden dürfen. Für WordPress gibt es dafür ein super Plugin und dieses Plugin ist der Real Cookie-Banner. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Cookie-Banner einrichtest und deine Webseite damit datenschutzkonform machst. Wenn dir die Informationen weiterhelfen, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Ich befinde mich auf der Startseite von dem Real Cookie-Banner und hier kannst du das WordPress-Plugin herunterladen. Auf der rechten Seite siehst du auch eine kleine Vorschau, wie der Cookie-Banner aussieht. Du findest hier eine Übersicht von den Features. Zum Beispiel bekommst du mit dem Plugin auch einen sogenannten Content-Blocker. Damit werden eingebettete Inhalte, wie zum Beispiel ein YouTube-Video, auf deiner Webseite erstmal deaktiviert und nur angezeigt, wenn ein Nutzer auch sein Einverständnis gegeben hat. Das Design von dem Cookie-Banner kannst du auch individuell anpassen. Wie das funktioniert, das werde ich dir gleich alles zeigen und insgesamt gibt es über 150 verschiedene Vorlagen, also über 150 verschiedene Tools oder Softwarelösungen, die du mit dem Real Cookie-Banner DSGVO-konform auf deiner Webseite einbinden kannst. Der Cookie-Banner wurde schon auf über 120.000 aktiven Webseiten installiert und natürlich ist das Plugin auch nicht kostenlos. Es kostet 49 Euro pro Jahr pro Webseite. Das sind ungefähr 4 Euro pro Monat, was vollkommen in Ordnung ist. In dem günstigsten Tarif kannst du auch alle Funktionen nutzen. Der einzige Unterschied ist die Anzahl der Webseiten. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Gutschein-Code verwenden. Damit bekommst du das Plugin nochmal 20% günstiger und der Single-Tarif ist dann sogar 10 Euro günstiger. Das heißt, du zahlst ein bisschen über 3 Euro pro Monat für den Cookie-Banner. Wenn du schon eine andere Lösung benutzt, zum Beispiel Bulllabs-Cookie, dann hast du auch die Möglichkeit, den Real Cookie-Banner für einen Euro im ersten Jahr zu testen. Dafür musst du einfach nur einen Gutschein anfordern, den bekommst du dann per E-Mail zugeschickt und in dem Checkout kannst du dann den Gutschein einlösen. Das heißt, du musst dir zuerst eine Lizenz für das Cookie-Plugin erwerben, dann kannst du es als ZIP-Datei herunterladen und wie du das in WordPress installierst, das zeige ich dir als nächstes. Dafür gehe ich in den Backend-Bereich von meiner Webseite. Das ist einfach nur eine Test-Webseite. Ich kann die auch einmal ganz kurz aufrufen, wenn ich die zum Beispiel aktualisiere. Dann wird hier auch noch gar kein Cookie-Banner angezeigt. Deswegen gehst du als nächstes unter den Plugins auf Installieren. Dann wählst du aus Plugin hochladen und dann kannst du hier die ZIP-Datei auswählen, die du dir vorher herunterladen musst. Anschließend klickst du auf Jetzt installieren. Dann kannst du das Plugin auch direkt aktivieren und dann findest du hier nochmal eine Übersicht von den ganzen Funktionen. Als nächstes kannst du entweder auf Einrichtung beginnen klicken oder du findest auch auf der linken Seite den Bereich Cookies. Da kannst du auch draufklicken und dann wirst du automatisch in den Backend-Bereich von dem Real Cookie-Banner weitergeleitet. Und das Erste, was du machen musst, du musst deinen Lizenzschlüssel hier eingeben. Den Lizenzschlüssel bekommst du, indem du in dem Kundencenter auf Lizenz hinzufügen klickst. In der Beschreibung kannst du noch den Namen von deiner Webseite angeben und dann klickst du auf Lizenz hinzufügen. Auf der rechten Seite kannst du dir auch die ZIP-Datei von dem Plugin herunterladen, für den Fall, dass du das noch nicht gefunden hast. Und dann findest du in dem unteren Bereich auf der linken Seite den Lizenzschlüssel. Den kopierst du dir einmal kurz raus. Dann gehst du wieder zurück in den Backend-Bereich von deiner WordPress-Webseite und fügst den Lizenzschlüssel hier ein. Wichtig ist, dass du als Installationstyp die Produktion auswählst. Die Datenschutzerklärung musst du auch noch akzeptieren und dann klickst du auf Lizenz aktivieren und fortfahren. In dem nächsten Abschnitt findest du eine Checkliste, die du einfach abarbeiten kannst, damit dein Cookie-Banner auch richtig eingerichtet ist. Das Plugin habe ich schon installiert. Die Lizenz ist auch aktiv. Die Einstellungen müssen als nächstes noch angepasst werden. Die Datenschutzerklärung muss angepasst werden. Es gibt einen Scanner, der automatisch überprüft, welche Cookies auf deiner Webseite gesetzt werden müssen. Du kannst das Design individuell anpassen. Es gibt auch einen Content-Blocker, den du erstellen kannst. Und dann müssen die ganzen rechtlichen Links auch noch auf deiner Webseite platziert werden. Also, dass ein Benutzer zum Beispiel die Möglichkeit hat, die Cookie-Einstellungen nochmal nachträglich zu ändern oder die Einwilligung auch nachträglich noch zu widerrufen. Dann gibt es noch ein Statistik-Tool und darüber kannst du sehen, wie viele Besucher eine Einwilligung erteilt haben. Das findest du normalerweise auch direkt hier unten. Das ist natürlich noch leer, weil ich das Plugin gerade installiert habe. Und dann zeige ich dir, wie du diese ganze Checkliste als nächstes abarbeiten kannst. Zuerst gehe ich dafür auf die Einstellungen. Ganz am Anfang kannst du den Cookie-Banner direkt aktivieren oder auch wieder deaktivieren. Wenn ich zum Beispiel auf die Seite gehe und die nochmal aktualisiere, dann wird hier noch kein Cookie-Banner angezeigt. Und wenn ich das jetzt aktiviere und die Einstellungen speichere, dann kann ich nochmal auf die Seite gehen, die aktualisieren und dann wird auch hier der Cookie-Banner schon angezeigt. Dann gehe ich wieder zurück in die Plugin-Einstellungen. Ich wurde jetzt automatisch in die Einstellungen für die Einwilligung weitergeleitet. Ich gehe aber nochmal zurück in die Allgemeinen Einstellungen. Hier musst du dein Impressum und deine Datenschutzerklärung auswählen. Die wird dann automatisch in dem Cookie-Banner hinzugefügt. Natürlich musst du auch deine Datenschutzerklärung noch anpassen. Da musst du einmal ganz kurz erwähnen, dass du den Real Cookie-Banner verwendest. Und wenn du hier den Haken setzt, dann findest du hier eine Vorlage. Und wenn du mit der linken Maustaste da draufklickst, dann wird der Text automatisch in der Zwischenablage gespeichert. Und dann kannst du den einfach in deiner Datenschutzerklärung eintragen. Das kann ich auch kurz machen, indem ich die Datenschutzerklärung in einem neuen Tab aufrufe. Dann wähle ich hier den Text aus. Das ist natürlich abhängig davon, was du für einen Text-Editor benutzt. Und dann füge ich hier den Text ein, schreibe darüber noch Einsatz von Cookies und klicke dann auf Aktualisieren. Das ist natürlich hier keine richtige Datenschutzerklärung. In der Datenschutzerklärung müssen noch ganz viele andere Sachen erwähnt werden. Ich wollte dir nur einmal ganz kurz zeigen, wie das für den Cookie-Banner aussehen muss. Deswegen klicke ich nochmal auf die Vorschau anzeigen. Und dann wird hier auch über den Einsatz von den Cookies in der Datenschutzerklärung gesprochen. Beziehungsweise der Real Cookie-Banner, der wird hier erwähnt. Und dieser Teil darf auf jeden Fall in deiner Datenschutzerklärung nicht fehlen. Den Bereich kann ich wieder schließen. Die Datenschutzerklärung auch. Und dann zeige ich dir noch ein paar weitere Einstellungen. Vorher speichere ich noch die Änderungen. Das kannst du unten in der Mitte machen. Und dann gibt es ganz am Ende noch eine wichtige Einstellung, weil du hier festlegen kannst, ob die ganzen Cookies beziehungsweise Tracking-Codes über ein Code-Snippet ausgelöst werden sollen oder über ein Google-Tag-Manager beziehungsweise Matomo-Ereignis. Über den Code-Snippet ist das auf jeden Fall am einfachsten. Ich persönlich benutze aber immer am liebsten den Google-Tag-Manager, weil man darüber verschiedene Google-Analytics-Events besser einrichten kann und besser tracken kann. Wenn du vorhast, große Marketing-Kampagnen zu starten und auch wirklich viel Geld in diese Marketing-Kampagnen investieren möchtest, dann würde ich dir auch empfehlen, das alles über den Google-Tag-Manager einzurichten, weil du da einfach die verschiedenen Aktionen besser tracken kannst und dadurch auch die Ergebnisse von deinen Werbekampagnen besser tracken kannst. Aber wenn du einfach nur ein paar Code-Snippets auf deiner Webseite installieren möchtest, ohne dass du eine detaillierte Datenanalyse machst, dann reicht es auch, wenn du einfach das JavaScript- bzw. HTML-Snippet verwendest. Natürlich kannst du auch verschiedene Sachen einfach ausprobieren und gucken, was dir am besten gefällt. Die Einstellungen musst du dann am Ende auch noch speichern und dann zeige ich dir als nächstes noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Unter der Einwilligung hast du zum Beispiel die Möglichkeit, Do Not Track zu respektieren, indem du einfach auf Aktivieren klickst. Und Do Not Track ist eine Einstellung, die ein Nutzer in den Browser-Einstellungen tätigen kann. Damit werden automatisch alle Tracking-Codes abgelehnt und ich finde es einfach nur eine nette Sache, wenn man das auch aktiviert, weil manche Leute das nicht möchten, dass die ganzen Aktivitäten getrackt werden. Und wenn das so ist, dann muss man das auch nicht unnötig kompliziert machen. Eine weitere wichtige Einstellungsmöglichkeit ist die Einwilligung zur Datenverarbeitung in den USA. Wenn du zum Beispiel Google Analytics benutzt oder den Facebook-Pixel auf deiner Webseite installieren möchtest, dann musst du auch das aktivieren, weil das Server sind, die in den USA sind. Aber wenn du keinen Dienst aus den USA verwendest, dann kannst du diese Einstellung auch auf deaktiviert lassen. Bei den restlichen Sachen musst du keine Anpassungen vornehmen. Deswegen kannst du die Einstellungen speichern. Den Bereich Geo-Restriction kannst du wahrscheinlich auch überspringen, außer du hast wirklich viel Traffic, der auch aus anderen Ländern kommt. Dann gibt es hier auch noch die TCF-Kompatibilität, die kannst du aber wahrscheinlich auch überspringen. Und wenn du mehrere Unterseiten oder mehrere Webseiten hast, die zu deiner Organisation oder zu deinem Unternehmen gehören, dann hast du auch die Möglichkeit, die Einwilligung für verschiedene Seiten zu aktivieren. Das sind aber auch Ausnahmefälle, deswegen werde ich diesen Bereich überspringen und möchte dir als nächstes den Scanner zeigen. In diesem Bereich kannst du deine Webseite scannen, indem du oben rechts auf komplette Webseite scannen klickst und dann wird dir direkt angezeigt, für welche Tools oder für welche Dienste du dir eine Einwilligung einholen musst. Bei mir ist das zum Beispiel Elementor, Gravatar und WordPress-Kommentare. Dann kannst du einfach auf Erstellen klicken und das kurz bestätigen. Oben links in der Ecke findest du die verschiedenen Cookie-Gruppen. Zum Beispiel gibt es eine essentielle Cookie-Gruppe, eine funktionale Cookie-Gruppe, eine Statistik-Cookie-Gruppe und eine Marketing-Cookie-Gruppe. In den Einstellungen für diese Vorlage, also für Elementor, wurde automatisch die essentielle Cookie-Gruppe ausgewählt, weil ohne Elementor die Webseite nicht wirklich laufen kann. Alle Informationen wurden hier auch schon automatisch eingefügt. Deswegen muss ich hier auch gar nichts mehr anpassen. Ich muss nur unten kurz den Haken setzen und dann auf Speichern klicken. Genau das Gleiche kann ich jetzt noch für Gravatar und für die WordPress-Kommentare machen. Und den Website-Scannen, den kannst du auch wirklich jederzeit durchführen, damit du überprüfen kannst, dass auch alle Dienste in dem Cookie-Banner mit eingebunden sind. Tatsächlich findet der Scanner auch nicht alle Cookies, aber wirklich den Großteil der Cookies. Deswegen würde ich mich nicht zu 100% darauf verlassen, aber es ist auf jeden Fall eine super Hilfe, wenn man erstmal damit anfängt. Neben dem Scanner findest du die Services bzw. Cookies und hier hast du auch wieder oben links in der Ecke die verschiedenen Cookie-Gruppen und darunter befinden sich die verschiedenen Vorlagen, die in dieser Cookie-Gruppe schon installiert wurden. In der essentiellen Cookie-Gruppe befindet sich aktuell Elementor und der Real Cookie-Banner. Diese beiden Vorlagen, die müssen immer ausgelöst werden, damit die ganze Seite überhaupt funktioniert. Dann gibt es auch noch eine Gruppe für funktionale Cookies. Es gibt eine Gruppe für die Statistiken. Hier kann man zum Beispiel Google Analytics hinzufügen. Und dann gibt es auch noch eine Cookie-Gruppe für Marketing-Cookies. Wenn du eine weitere Cookie-Gruppe hinzufügen möchtest, dann kannst du das oben rechts über den Button-Gruppe hinzufügen machen. Eigentlich muss man das nicht machen, aber falls du das irgendwann vorhast, dann gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit dazu. Der Button, der auf jeden Fall wichtiger ist, das ist der Button Service hinzufügen. Den findest du auch in jeder Cookie-Gruppe. Beziehungsweise wenn sich schon Vorlagen in der Cookie-Gruppe befinden, dann findest du den auch oben rechts in der Ecke. Hier kann ich auch einmal ganz kurz draufklicken. Dann werden alle Vorlagen, die es gibt, hier aufgelistet. Du hast auch die Möglichkeit, die Suchfunktion zu benutzen. Zum Beispiel kannst du hier Analytics eingeben und dann findest du hier zum Beispiel auch Google Analytics und kannst dann darüber die ganzen Vorlagen filtern. Wenn es keine passende Vorlage gibt, dann kannst du auch auf individuell erstellen klicken. Aber eigentlich gibt es hier alle wichtigen Vorlagen. Ich kann zum Beispiel auch kurz auf Google Analytics 4 klicken, um dir zu zeigen, wie das aussieht. Hier ist auch schon alles für dich ausgefüllt. Die Cookie-Gruppe wurde auch schon automatisch hinzugefügt. Google Analytics wurde zum Beispiel automatisch in die Statistik-Gruppe eingeordnet. Die verschiedenen Cookies, die über Google Analytics 4 ausgelöst werden, die sind hier auch schon eingetragen. Und das Einzige, was du machen musst, du musst hier deine Google Analytics Measurement ID eintragen. Die Measurement ID findest du, indem du in deinem Google Analytics 4-Konto unten links auf die Verwaltung klickst. Dann wählst du in der Property den Datenstream aus, klickst nochmal auf den Datenstream und dann findest du oben rechts in der Ecke die Mess-ID. Die kannst du dir hier rauskopieren und dann trägst du dir hier einfach ein. Und wenn du in den Plug-In-Einstellungen den Google Tag Manager ausgewählt hast, dann findest du hier einen Event-Namen, das du in dem Google Tag Manager erstellen kannst. Und diesen Event-Namen, den kannst du dann zum Beispiel als Trigger benutzen, damit Google Analytics 4 auch ganz normal ausgelöst wird. Viel mehr musst du dann in diesem Bereich auch gar nicht machen. Du musst einmal kurz den Haken am Ende setzen und das Ganze abspeichern. Und dann hast du auch schon Google Analytics 4 auf der Webseite installiert und in dem Cookie-Banner hinterlegt. Dann gibt es neben den Services auch noch den sogenannten Content-Blocker. Und der Content-Blocker verhindert, dass eingebettete Inhalte auf deiner Webseite angezeigt werden, bevor ein Nutzer sein Einverständnis gegeben hat. Den Content-Blocker solltest du auf jeden Fall hinzufügen, indem du hier einfach auf den Button klickst. Und dann kannst du auch für den Content-Blocker verschiedene Vorlagen verwenden. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Vorlagen du dafür hinzufügen musst, dann kannst du auch wieder auf den Scanner klicken und nochmal deine Webseite komplett von vorne scannen. Zum Beispiel habe ich auf meiner Testseite auch noch einen Google Maps-Eintrag und ein YouTube-Video hinzugefügt. Das sind beides Dienste, die eigentlich nicht angezeigt werden dürfen, außer ein Nutzer hat sein Einverständnis gegeben. Wenn ich zum Beispiel die Webseite aufrufe und alle Cookies ablehne bzw. auf Weiter ohne Einwilligung klicke und dann den Bereich auswähle, in dem das YouTube-Video und auch der Google Maps-Eintrag eingebunden ist, dann dürfen diese beiden Sachen eigentlich nicht angezeigt werden. Zum Beispiel kann ich auch ganz kurz YouTube hinzufügen in dem Content-Blocker, indem ich auf Erstellen klicke. Dann wähle ich ganz am Ende auch noch aus, dass der Content-Blocker für diesen Service erstellt werden soll. Ich bestätige das und klicke auf Speichern. In dem nächsten Schritt kannst du den Content-Blocker dann auch noch konfigurieren. Zum Beispiel kannst du hier ein bestimmtes Vorschau-Bild auswählen, das angezeigt wird, wenn ein Benutzer nicht sein Einverständnis gegeben hat. Du musst auch noch kurz auswählen, dass das Bild automatisch ausgewählt werden soll bzw. du hast auch die Möglichkeit, ein Bild aus deiner Medienbibliothek zu verwenden. Und am Ende musst du das nochmal bestätigen und kannst dann auf Speichern klicken. Genau das Gleiche kann ich jetzt auch noch für Google Maps machen, indem ich auf Erstellen klicke. Dann wähle ich ganz am Ende auch wieder den Content-Blocker aus, bestätige das Ganze nochmal bzw. klicke auf Speichern und muss dann nochmal genau die gleichen Einstellungen in der Content-Blocker-Konfiguration vornehmen. Und wenn ich jetzt wieder auf die Seite gehe und die ganzen Cookies nochmal lösche, die Seite nochmal neu lade und dann wieder einen Opt-out mache, dann wird zum Beispiel die Google Maps Karte nicht angezeigt und auch bei dem Video, wenn ich hier draufklicke, dann muss ich zuerst die ganzen Cookies akzeptieren, damit ich mir das Video anschauen kann. Und wenn ich die Cookies von Anfang an akzeptiere, dann wird die Google Maps Karte angezeigt und ich kann auch jetzt zum Beispiel auf den Play-Button klicken und dann wird das Video auch ganz normal abgespielt. Das solltest du auf jeden Fall für deine Webseite auch einrichten. Wie gesagt, der einfachste Weg ist, indem du einfach deine Webseite scannst, dann werden hier auch alle Dienste angezeigt und dann wirst du automatisch durch den ganzen Prozess durchgeleitet, damit der Content-Blocker am Ende auch ganz normal eingerichtet wird. Die Einwilligung für Gravatar und WordPress-Kommentare, das werde ich jetzt einfach kurz überspringen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was ich dir auch schon gezeigt habe. Ich gehe jetzt nochmal auf die Einwilligung und hier hast du die Möglichkeit, dir deine Statistik nochmal etwas detaillierter anzuschauen. Zum Beispiel kannst du hier sehen, wie häufig deine Cookies abgelehnt wurden, wie häufig einige Services angenommen wurden bzw. wie häufig alle Services akzeptiert wurden. Die ganzen Details kannst du dir auch als Liste anzeigen lassen und rechts daneben gibt es auch noch die rechtlichen Links. Das ist noch ein wichtiger Bereich, weil du zum Beispiel in dem Footer von deiner Webseite auch einem Nutzer die Möglichkeit geben musst, die Einwilligung zu ändern bzw. die aktuellen Einstellungen einfach einzusehen. Wenn du für deine WordPress-Seite schon ein Footer-Menü erstellt hast, dann wird das in diesem Bereich auch angezeigt und der einfachste Weg ist, indem du hier auf alle rechtlichen Links hinzufügen klickst, dann wird das automatisch in dem Menü hinzugefügt. Was du auch machen kannst, auf der linken Seite unter Designs kannst du deine Menüs auswählen. Ich öffne das einmal kurz in einem neuen Tab. Hier kannst du dann das Menü auswählen, das bei dir in dem Footer-Bereich angezeigt wird. Aktuell wird bei mir in dem Footer nur das Impressum und die Datenschutzerklärung angezeigt. So sieht das zum Beispiel aktuell aus. Und wenn du die rechtlichen Links hinzufügen möchtest, dann wählst du auf der linken Seite einfach den Real Cookie Banner aus, setzt dir den Haken, klickst auf zum Menü hinzufügen und speicherst das Ganze ab. Dann gehe ich nochmal auf die Seite und aktualisier die. Und dann ist der Footer komplett angepasst und neben dem Impressum und der Datenschutzerklärung befinden sich auch die Privatsphäre-Einstellungen. Ein Nutzer hat die Möglichkeit, sich die Historie davon anzuschauen und ein Nutzer hat auch die Möglichkeit, die Einwilligung nachträglich zu widerrufen. Das sind Sachen, die auf jeden Fall in deinem Footer-Bereich vorhanden sein müssen. Wie gesagt, du kannst das entweder direkt in dem Menü anpassen oder in dem Real Cookie Banner kannst du auch hier auf alle rechtlichen Links hinzufügen klicken und dann wird das automatisch in deinem Footer-Menü hinzugefügt. Darunter hast du auch noch die Möglichkeit, sogenannte Shortcodes zu generieren. Hier findest du auch wieder die drei Bereiche, also einmal die Privatsphäre-Einstellungen, die Historie und die Einwilligung widerrufen. Du kannst dafür entweder einen Link erstellen, den findest du dann in dem unteren Bereich, oder du kannst dir diese drei Einstellungsmöglichkeiten auch als Button darstellen lassen. Dann kannst du diesen Code hier auch rauskopieren und zum Beispiel in deinem Footer einbauen, damit ein Nutzer jederzeit die Möglichkeit hat, diese Einstellungen anzupassen. Als nächstes zeige ich dir die Import- und Export-Funktion. Wenn du den Real Cookie Banner nur für deine eigene Webseite benutzt, dann brauchst du diesen Bereich eigentlich gar nicht. Aber wenn du zum Beispiel Webseiten für mehrere Kunden betreust und auf jeder Webseite den Real Cookie Banner benutzen möchtest, dann hast du auch die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen zu exportieren und für eine andere WordPress-Seite wieder zu importieren, damit du die ganzen Einstellungen nicht jedes Mal individuell vornehmen musst. Rechts daneben gibt es auch noch die Lizenz. Hier kannst du deinen Lizenz-Schlüssel nochmal nachträglich bearbeiten oder einfügen, falls du das noch nicht gemacht hast. Und wenn du Kontakt zu dem Support aufnehmen möchtest, dann findest du das in dem letzten Reiter. Wenn du hier draufklickst, dann öffnet sich die Support-Seite in einem neuen Tab und dann findest du hier ein Kontaktformular und kannst über diesen Bereich ein neues Ticket eröffnen. Dann können wir uns auch einmal die Checkliste anschauen, indem ich wieder auf das Dashboard klicke. Und dann habe ich eigentlich auch schon alle Bereiche abgearbeitet, und die Platzierung der rechtlichen Links auf der Webseite wurde hier noch nicht als fertig markiert, obwohl ich das eigentlich gemacht habe. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein Bug und ich muss mich kurz ausloggen und wieder einloggen und dann wird das hier auch richtig dargestellt. Und eine letzte Sache, die noch fehlt, ist das Design von dem Cookie-Banner. Das kannst du nämlich auch noch anpassen. Und wie du das machen kannst, das zeige ich dir als nächstes. Dafür klickst du entweder direkt auf Anpassung beginnen oder du kannst in dem Design auf den Customizer gehen und in deinen Theme-Anpassungen findest du ganz am Ende dann den Real Cookie-Banner. Hier kannst du draufklicken, dann öffnet sich dein Cookie-Banner automatisch und diesen Bereich kannst du jetzt ganz individuell anpassen. In dem oberen Bereich auf der linken Seite gibt es verschiedene Vorlagen. Darüber kannst du zum Beispiel das Layout anpassen. Es gibt hier einmal den Dialog und den Banner. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den Dialog zu nehmen. Es gibt auch verschiedene Statistiken, die belegen, dass ein Nutzer häufiger den Opt-in macht, wenn ein Cookie-Banner in der Mitte angezeigt wird. Du kannst die Breite anpassen, die Position anpassen. Du kannst auch eine Animation hinzufügen. Und wenn du hier irgendetwas anpasst, dann musst du immer oben links in der Ecke auf Veröffentlichen klicken. Ich gehe erstmal wieder zurück. Darunter gibt es noch die Einwilligungsoptionen. Hier kannst du auswählen, ob zum Beispiel die Einwilligung als Button oder als Link angezeigt werden soll. Also zum Beispiel der Bereich alle akzeptieren oder weiter ohne Einwilligung. Und du hast auch die Möglichkeit, die individuellen Privatsphäre-Einstellungen als Button anzeigen zu lassen. Aktuell ist das ein Link. Und viel mehr kannst du in diesem Bereich dann auch nicht machen. Darunter gibt es nochmal die rechtlichen Einstellungsmöglichkeiten. Hier hast du die Möglichkeit, deine Datenschutzerklärung und deine Impressums-Seite auszuwählen. Und über das Label kannst du dann auch nochmal den Namen ändern, der hier unten angezeigt wird. Und auch hier musst du alle Änderungen wieder über den Button Veröffentlichen bestätigen. Darunter ist dann der interessante Bereich. Hier kannst du zum Beispiel das ganze Design anpassen. Es gibt hier einmal den Bereich Allgemein. Da kannst du eine Hintergrundfarbe auswählen. Zum Beispiel kann ich hier einen schwarzen Hintergrund auswählen oder einen weißen Hintergrund. Das kannst du natürlich in deinen Brandfarben machen. Da hast du wirklich die freie Auswahl. Ich werde hier die weiße Farbe auswählen. Den Rahmen und die Schriftart kannst du hier auch nochmal anpassen. Den Box-Schatten kannst du auch deaktivieren, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Dadurch hebt sich der Cookie-Banner so ein bisschen von dem Hintergrund ab. Dann gibt es hier noch den Kopfbereich. Du kannst die Hintergrundfarbe individuell auswählen. Was natürlich wichtig ist, dass du dein Logo hinzufügst. Und dann kannst du auch wieder die Schriftart für den Kopfbereich anpassen. Genau das Gleiche kannst du für den Hauptbereich bzw. für den Body machen. In diesem Bereich kannst du den Trenner auch noch bearbeiten. Das ist der kleine Strich, der sich hier in der Mitte befindet. Da kannst du zum Beispiel die Breite vergrößern. Du kannst die Höhe auch nochmal anpassen, dass der ein bisschen dicker wird. Und du kannst auch die Farbe nochmal nachträglich bearbeiten. Die Schriftart kannst du hier auch wieder bearbeiten. Die Farbe für den Button kannst du auch anpassen, indem du die Hintergrundfarbe anpasst. Dann kannst du hier irgendeine bestimmte Farbe auswählen. Wichtig ist, dass die Button auch die gleiche Farbe haben. Du darfst zum Beispiel nicht zwei unterschiedliche Farben benutzen, weil dann gesagt wird, dass du den Nutzer dazu verleiten kannst, auf irgendeinen bestimmten Button zu klicken. Und genau das Gleiche kannst du dann auch noch für die Links machen, wenn du da auch nochmal die Farbe anpassen möchtest. Darunter gibt es dann wieder die Schriftart. Du kannst den Rahmen anpassen. Und am Ende gibt es dann auch noch den Hover-Effekt. Wenn eine Person mit der Maus hier drüber geht, dann ändert sich zum Beispiel die Farbe. Und auch diese Farbe kannst du anpassen. Zum Beispiel kann ich hier ein Grün auswählen, damit man da einmal einen relativ großen Kontrast hat. Und wenn ich hier zum Beispiel mit der Maus drüber gehe, dann ändert sich auch die Farbe. Hier sollte der Kontrast aber auch nicht zu groß sein. Deswegen ändere ich das wieder. Und darunter kannst du dann auch die gleichen Sachen für die individuellen Einstellungen anpassen. Das speichere ich erstmal ab und dann gehe ich wieder zurück und passe als nächstes den Fußbereich an. In diesem Bereich wiederholt sich eigentlich wieder genau das Gleiche. Du kannst hier wieder die Schriftart anpassen. Du kannst die Farbe anpassen. Deswegen werde ich das kurz überspringen. Dann gibt es nochmal genau das Gleiche für die Texte. Hier kannst du den Text individuell anpassen, der sich in dem Cookie-Banner befindet. Du kannst den Text von den Button anpassen. Aber eigentlich musst du hier auch keine Änderungen mehr vornehmen. Ich bin natürlich auch kein Rechtsexperte. Deswegen ist das hier auch absolut keine Rechtsberatung. Aber eine Sache, die ich dir noch empfehlen würde zu machen. Ich würde den Powered by Link Text entfernen. Das ist der Bereich, der sich ganz unten in dem Cookie-Banner befindet. Den kannst du in diesem Bereich tatsächlich nicht entfernen. Wahrscheinlich ist das in dem Fußbereich. Da befindet sich die Einstellungsmöglichkeit ganz am Anfang. Hier kannst du zum Beispiel den Haken bei Aktivieren entfernen. Und dann verschwindet hier auch die Werbung für den Real Cookie-Banner. Das würde ich auf jeden Fall entfernen, damit das einfach ein bisschen professioneller aussieht. Und dann musst du das auch wieder über Veröffentlichen bestätigen. Darunter gibt es dann wieder genau die gleichen Einstellungen für die individuellen Privatsphäre-Einstellungen. Das heißt, wenn ein Benutzer zum Beispiel auf die Privatsphäre-Einstellungen individuell festlegen klickt, dann öffnet sich ein neues Layout. Und das Layout kannst du auch wieder anpassen, indem du zum Beispiel die Breite anpasst. Ein Nutzer hat dann hier auch die Möglichkeit, sich die einzelnen Cookies anzuschauen, indem der Nutzer auf Service-Informationen anzeigen klickt. Dann öffnen sich hier die einzelnen Services. Und dann hat ein Nutzer auch die Möglichkeit, die Cookies für einen bestimmten Dienst individuell anzunehmen oder zu deaktivieren. Zum Beispiel ist das bei den Statistiken der Fall. Da befindet sich zum Beispiel Google Analytics. Und dann kann man hier individuell die Einwilligung anpassen. Bei den essentiellen Cookies, da geht das natürlich nicht, weil die auf jeden Fall gebraucht werden, damit die Webseite überhaupt funktioniert. Und diesen ganzen Arbeitsbereich, den kannst du in den nächsten Einstellungen anpassen. Zum Beispiel gibt es hier auch nochmal die Servicegruppen. Da kannst du auch wieder die Hintergrundfarbe anpassen. Du kannst den Rahmen anpassen, die Farbe und den Abstand und natürlich auch wieder die Schriftart. Dann gibt es noch den Speicher-Button, den du anpassen kannst. Hier musst du eigentlich auch nichts anpassen. Und am Ende kannst du dann auch nochmal die Texte individuell anpassen. Vermutlich musst du das aber nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Rechtsexperte. Deswegen lasse ich da am besten nochmal professionell beraten, wenn du dir da unsicher bist. Ganz am Ende hast du auch die Möglichkeit, den Cookie-Banner für das Smartphone anzupassen bzw. für die mobile Ansicht. Der Cookie-Banner ist aber responsiv. Normalerweise musst du hier gar nichts mehr anpassen. Du kannst dir hier die Vorschau nochmal für verschiedene Geräte anschauen, obwohl dieser Bereich auch ein bisschen veraltet ist. Du kannst die Ausrichtung nochmal anpassen. Zum Beispiel kannst du den auch in der Mitte platzieren, wobei das wahrscheinlich unten gar nicht so schlecht ist. Und dann kannst du hier auch nochmal die Größe bzw. das Verhältnis anpassen. Aber wie gesagt, eine mobile Optimierung, die ist automatisch aktiv. Deswegen musst du hier eigentlich auch gar nichts anpassen. Und wenn du irgendwelche speziellen Anpassungen vornehmen möchtest, dann kannst du den Cookie-Banner auch mit CSS nachträglich bearbeiten. Dafür musst du das einmal ganz kurz deaktivieren. Und dann kannst du hier verschiedene Änderungen mit CSS durchführen. Und das war auch schon alles, was ich dir zeigen wollte bzw. zeigen kann. Viel mehr Funktionen gibt es auch gar nicht für den Cookie-Banner. Deswegen hoffe ich, dass dir dieses Tutorial weitergeholfen hat, den Real Cookie-Banner auf deiner Webseite einzurichten. Und wenn das so ist, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du dem Video auch einen Daumen nach oben geben kannst. Und wenn du mehr über WordPress und Online-Marketing lernen möchtest, dann schau auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Denn da findest du ganz viele verschiedene Tutorials.